Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Worum geht es in dem Video? Wir haben uns einmal Gedanken gemacht, wie es besser ist, uns Spanien zu überwintern. Entweder in einem Apartment oder mit einem Wohnmobil. Und diese Gedanken haben wir sich überhaupt gemacht. Grundsätzlich sind wir ja gerne mit dem Wohnmobil unterwegs. Die haben wir uns deswegen gemacht, weil wir da runter wollten, ziemlich weit nach Spanien, bis nach Marbea. Von uns weg 2800 Kilometer. Genau. Relativ weite Fahrt, hin und retour. Und da ich ja noch berufstätig bin und der Peter hier gerne Golf spielen wollte, weil sein Zwillingsbruder da ist und einige andere Bekannte und so. Und ich die Möglichkeit habe, hier auch vor Ort ein bisschen zu arbeiten. Man nennt das Homeoffice. Genau. Auf Deutsch zu Hause arbeiten. Haben wir sich dann entschlossen, damit wir nicht diese lange Anreisezeit benötigen, weil wenn man es jetzt nicht auf Hardcore fährt, ist man doch mindestens fünf Tage unterwegs und dann fährt man trotzdem noch 600 Kilometer pro Tag. Ja. Also insgesamt zehn Tage. Da hätte man zwei Wochen Urlaub nehmen müssen. Und das wollten wir eigentlich nicht, weil wir sich gedacht haben, weil wir haben dann für uns auch noch abgewogen, weil wir gesagt haben, wie sind die Kosten, wie ist die Reisegeschwindigkeit und wie sind die Unterschiede. Ja. Also, fangen wir mal an mit den Tatsachen vom Fliegen her. Also die Kosten wären ungefähr gleich gewesen, ob ich jetzt knapp 3000 Kilometer hin und retour fahre, also fast 6000 Kilometer, kostet ca. mit Wohnmobil und Mauten 1500 Euro. Genau. Fliegen dagegen kostet, wie viel hat das kostet? 600 Euro. Nicht einmal, ich glaube, 560 Euro. Ja, ca. 600 Euro. Hin und retour, samt Golfgepäck, also samt Sportgepäck. Reisegeschwindigkeit, zweimal fünf Tage, sind also so zehn Tage hin und retour. Ja. Mit dem Fliegen, zweimal drei Stunden plus Flughafen, also sagen wir mal, zweimal sechs Stunden. Ja, okay. 15 Stunden mit Anreise, warten, Koffer, bla bla bla, bis mal der Haus ist 15 Stunden. Ja. Also, ist ein gutes Fazit. Und bei diesen zehn Tagen Anreisezeit muss man trotzdem auch sagen, an diesen zehn Tagen ist man fast 600 Kilometer unterwegs, also da bleibt dann auch nicht viel, dass man sagt, man dingelt jetzt in zehn Tagen irgendwo hin, 600 Kilometer und schaut sich dann noch was an. Was anderes ist natürlich, wenn man Zeit hat, wenn es egal ist und man hat Zeit oder macht jetzt das praktisch innerhalb seines Urlaubes, dann ist Zeit natürlich kein Faktor. Für uns war es so. Wir haben uns entschieden, heuer gegenüber dem letzten Mal in ein Apartment zu gehen, weil sie geht Homeoffice, macht übrigens das, was ihr da hinten seht, das ist keine Fototapete. Wir sitzen auf unserem breiten Balkon, wenn ich so mache, ich schluss. Aber er hat eine schöne Aussicht. Aber er hat eine schöne Aussicht. Fantastische Aussicht, trotzdem. Ja. Aber jetzt bin ich dran. Ja. Aber er ist nicht recht breit. Das stimmt. Das nächste ist, was natürlich bei einem Apartment ist, wenn man mit einem Apartment in Urlaub hat, gegenüber einem Wohnmobil. Im Wohnmobil bist du zu Hause und in einem Apartment bist du Gast. Das nächste ist, du weißt natürlich nicht, was du bekommst, bevor du es nicht dort warst. Mit dem Auto weiß ich, was drinnen ist und wie es ausschaut. In einem Apartment kannst du Pech haben und du kannst etwas erwischen, was abgewohnt ist, was vielleicht nicht deinen Erwartungen entspricht. Lauter Lage vielleicht. Ja, zum Beispiel. Oder auch immer. Da gibt es Apartements, die liegen dann direkt da hinten an der Schnellstraße oder so. Auch mit den Fenstern, das ist dann sicher. Genau, das muss man bedenken. Außer man würde das gleiche wieder bestellen. Dann hat man natürlich kein Risiko. Wir haben es natürlich gut erwischt, bis auf die Größe. Man hat es sich ein bisschen größer vorgestellt. Aber da wir ja zwei recht kleine Personen sind, eineinhalb. Entschuldige, man muss die Kirche schon im Dorf lassen. Es ist auf alle Fälle mehr Platz als im Wohnmobil. Das muss man schon sagen. Das stimmt. Also es hat ein paar Vorteile. Wir haben eine Waschmaschine. Du kannst selber waschen. Natürlich ist es größer als im Wohnmobil. Wobei ich ehrlich sagen muss, wenn ich im Wohnmobil bin, vermisse ich eigentlich nie eine Größe. Ich fühle mich immer super wohl und habe eigentlich nie das Gefühl, das ist jetzt zu klein. Oder? Wie geht es dir da? Ja, geht mir genauso. Also das war jetzt nicht unbedingt ein Vorteil, sage ich einmal jetzt von dem. Was schon schöner ist mit dem Wohnmobil, wie der Peter auch schon gesagt hat, du hast dein Zuhause mit. Das ist einfach dein eigenes Zuhause. Und das ist hier was anderes. Hier musst du dich halt mit den Sachen abgeben, die es gibt. Genau. Jetzt kommen wir mal zum Wohlfühlfaktor. Wohlfühl kann man sich natürlich in einem Apartment genauso wie auf einem Campingplatz. Wenn man aber gerne campt und eingefleischte Camper ist, dann fällt dann was in einem Apartment. Wobei eingefleischter Camper, so lange tun wir ja noch nicht. Aber wir campen mal gern. Wir sind halt infiziert. Wir sind infiziert. Auf einem Apartment bist du alleine und hast es ruhig und musst dich immer mit deiner Partnerin beschäftigen. Auf einem Campingplatz kann ich ausweichen. Bewährungsprobe. Genau. Auf einem Campingplatz hast du natürlich die Community. Du gehst ein bisschen links oder rechts. Man plaudert mit den Leuten, soweit es richtige Camper sind. Weil es gibt ja einen Camper, der nagelt sich zu. Und wir von den anderen überhaupt nichts wissen. Das sehen wir ja nicht als Camper. Sondern wir sind ja relativ offen und gehen auf die Leute zu und quatschen mit ihnen. Dann macht das Ganze natürlich viel mehr Spaß. Es ist einfach die Atmosphäre, die dort herrscht. Egal ob auf Campingplätzen oder auf Freistellplätzen, wo einfach mehr Camper sind. Die Camper-Community ist einfach eine gemütliche, nette, lustige Community. Zumindest in meiner Welt 95% davon, die wir sehen und treffen. Außer eben, wie gesagt, ein paar besagten die halt nichts. Aber es ist auch denen ein gutes Recht. Außer man will gerne allein sein und ruhig haben, dann ist ein Apartment sicher keine schlechte Lösung. Wir sprechen ja davon über Wintern in Spanien. Gut oder nicht gut. Also vom Wetter her gut. Egal womit. Vom Essen her gut. Ja. Man kann auch einiges unternehmen, man kann viele Ausflüge machen, man kann herumgehen. Man muss sich anschauen, spazieren gehen. Wir haben direkt das Meer unten. Ja, ich mache manchmal einen Break oder gleich dann nach der Arbeit. Was ist ein Break? In Deutsch? Eine Unterbrechung, eine Pause. Ah! Und gehe einmal eine Runde am Meer spazieren. Na klar, das hast du dann zu Hause nicht. Vor allen Dingen nicht ein bisschen Zeit. Wir sind jetzt hier im Februar. Entschuldige. Wir sind jetzt hier seit 20. Jänner. Im Moment ist der 7. Februar. Ja, es hat 19 Grad. Gestern hat es 21 Grad im Schatten. Und Sonne. Wir haben jetzt schon seit Wochen keinen Regen, seit wir da sind. Also das Wetter ist immer gut. Manchmal ist es bewölkt, manchmal ein bisschen schlechter. Ja, ja, das Wetter ist immer gut. Kann man nicht sagen. Genau. So, das wäre zu überwintern. In Spanien kann man empfehlen. Es ist auch sicher günstiger als zu Hause. Eine Lavanie von Österreich oder Deutschland zu den Lebensmittelrechner. Die sind auch durchaus günstiger. Auch Essen gehen ist durchaus günstiger. Es gibt ein paar Lokale, die bieten ein Menü an um 8, 9 oder 10 Euro. Für Norddeutsche vielleicht ein Geschenk. Bei uns kriegt man es ähnlich, aber natürlich nicht in der Fülle. Weil da kriegst du teilweise sogar Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Ja. Es gibt solche Lokale. Und sogar teilweise auch Getränke dazu. Zu den Kosten wollte man noch sagen, was wir nämlich vorher nur gesagt haben, wegen den Flugkosten. von den Wohnkosten her, also das Apartment, was wir da jetzt haben, wir zeigen euch dann nachher noch einen kurzen Schwenk drüber, ist ein kleineres Apartment. Da sind wir gleich durch. Und rund 35 Quadratmeter, liegt aber dafür schön am Meer. Wir sind hier in der Gegend Calahonda, Cabo Pino, das ist ca. 12 Kilometer vor dem Apair oder 14. Ja. Ja. Also wir zahlen hier 300 Euro pro Woche für das Apartment. Ja. Also ist glaube ich auch durchwegs ein guter Preis. Es gibt auch andere Apartments. Von Peace. Also im Peter Sets Willis. Kurze Regenaufgabe für alle, die dabei sind. Flüge. 5,600 Euro. Fünf Wochen Apartment. Wenn ich jetzt sage 1500er, kosten wir hin und retour fahren. Mit dem Wohnwagen plus den Stellplatz. Wohnmobil. Wohnmobil. Das sind ja nicht immer so kleindliche. Die Leute wissen ja eh was ich meine. Okay. Also mit dem Wohnmobil, die An- und Abreise plus Stellplatz, kommt man im Schnitt fast aufs gleiche raus. Na mehr sogar. Bei 1500 und du hast dann praktisch den Stellplatz, wenn du das jetzt fünf Wochen, du zahlst im Moment ca. 28 Euro die Nacht. Wenn man überhaupt Plepze bekommt, weil da sind wir jetzt beim nächsten. Nach Spanien braucht es im Moment jetzt zu dieser Zeit ohne Vorreservierung, wenn du wirklich wo sein willst oder länger oder einen ordentlichen Platz, nicht vielleicht im Schatten landen, gar nicht kommen. Außer auf normale Stellplätze. Auf einen Campingplatz aus Karlschaus. Stellplätze eher ja. Da wird man immer wieder mal einen finden. Überhaupt hier in der Gegend, weil einer wird gerade irgendwo renoviert, haben wir gehört oder so. Da wird auch nicht umgebaut. Ein Fünf-Sterne-Ding. Wird wahrscheinlich dann ein bisschen teurer sein. Bei manchen ist man es noch nicht, aber da schauen wir noch hin. Die Plätze sind heiß begehrt. Weil das haben wir ja auch schon über die Weihnachtsferien gehört, dass viele gesagt haben, sie haben gar keine Möglichkeit, dass sie einen Campingplatz kriegen. Haben durchgerufen, durchgerufen und gefahren. Also wenn man überwintern möchte, entspannen und jetzt nicht nur so dahin dingeln, empfehlen wir euch wirklich mit dem Wohnmobil, reserviert es euch einen Stellplatz, wahrscheinlich schon im Sommer. Ja? Weil damit es dann wirklich... Am Endziel. Am Endziel. Weil beim Rest ist es egal. Wenn ihr wohl länger bleiben wollt. Ja, wenn nicht, ist es egal. Beim Rest wird man immer etwas finden. Wenn man runterfährt auf einen Campingplatz, wird man immer noch einen Platz finden. Und wenn nicht, dann nimmt man halt einen Stellplatz für eine Nacht. Genau. Wird man irgendwo auf der Straße stehen oder auch auf diesen... Es gibt auch ein paar so Plätze auch hier rund um die Gegend. Da blende ich euch dann nachher auch jetzt da noch was ein. Ja. Gut. Jetzt sind wir hier in Capopino am öffentlichen Parkplatz. Leider habe ich kein Mikro. Ich hoffe, der Ton ist gut genug. Ihr seht, hier parken und stehen auch einige Wohnmobile. Wir blenden euch dann ein, wo das sein wird. Wir haben gehört, bei Mabea der Campingplatz wird gerade umgebaut. Dann der andere Campingplatz hier. Da weiß ich den Namen nicht, den blende ich ein. Der soll ja angeblich auch nicht offen haben. Und jetzt gibt es halt die Situation, Capopino Camping hier soll komplett voll sein. Es ist der 26. Jänner. Man bekommt im Moment keinen Platz. Jetzt weichen hier natürlich viele auf diesem Parkplatz aus. Und stehen hier. Ja. Ob man hier verjagt wird von der Polizei oder so, weiß ich noch nicht. Aber vielleicht können wir jemanden befragen. wo dieser Parkplatz genau ist, blende ich euch ein. Wir haben den vor zwei Jahren schon mal gesehen. Das ist ein wirklich riesiger Parkplatz. Und wenn man hier vor dann geht, ist man gleich direkt dann beim Meer. Das zeige ich euch dann auch nicht. Ja. Und das war es einmal. Und jetzt zeige ich euch ein bisschen was. Ja, genau. Also das war jetzt einmal praktisch von den Kosten her. Wie gesagt, der Wohlfühlfaktor. Die Camper-Community geht uns so ab, dass wir im Moment, wir waren ja vor zwei Jahren schon hier am Campingplatz und kennen dort auch einige Leute. Dann sind wir jetzt recht oft Gast. Genau. Und besuchen die, damit wir die Camper-Luft und die Camper-Community. Übrigens, was ich noch unbedingt dazu sagen wollte. Kennt ihr diese Bewegung? Ja, genau. Wenn euch das Video gefallen hat oder jetzt noch gefällt, weiß ich es noch nicht aus. Bitte ein Like. Vielleicht jetzt in dem Moment. Genau. Bevor das Video weiter läuft, vergesst nicht ein Abo dazulassen. Es hilft uns, unseren Kanal ein bisschen zu verbreitern. Zu wachsen. Unser neues Ziel sind ja 2.000 Abonnenten. Wir sind ja noch ein kleiner Kanal. Aber müssen wir sich verkleinern? Nein, verkleinern nicht. 2.000 Abonnenten? Ah nein, wir haben ja noch keine 2.000 Abonnenten. Nein, wir haben die 1.100 geknackt. Ich glaube im Moment sind wir irgendwo so bei 1.106. Aber wir sind bereit zu wachsen. Wenn ihr uns dabei helfen wollt. 6 ohne Spaß. Was? 1.106. 6 ohne Spaß. Okay. Gut. Gut. Das weiß ich noch nicht drüber, das ist drinnen los. Aber schauen wir mal. Nein, das ist los mit dir. Nein, wir haben eigentlich immer gesagt, wir lassen alles drinnen und wir schneiden nichts. So, jetzt gibt es eine kleine Durchführung durch das Apartment. Das ist jetzt die Terrasse. Da drüben drinnen gibt es einen Schrank. Da ist dann Waschmaschine, Ständer und Konsorten. Das ist hier die ruhige, sag ich einmal, Einbahnstraße. Oh ja, Einbahnstraße. Eine Sackgasse. Eine Sackgasse. Genau. Da geht es dann nicht weiter. Gleich hier unten haben wir ein nettes Lokal. Das Meer. Lange zum Spazieren. Wirklich ganz toll. Wir sind hier in Calahonda. Das Lokal heißt El Capriccio. Kann man empfehlen. Kann man empfehlen. Genau. So. Jetzt gehen wir hier hinein. Das ist unser Schlafzimmer. Da drüben ist ein Kasten. Der ist relativ groß und geräumig. Hier haben wir ein Bett. Das Bett ist sehr bequem. Muss man ehrlich sagen. Die Matratze ist bequem. Und wir schlafen recht gut. Das ist normalerweise auch nicht gewöhnlich. Man hat eine Klimaanlage, mit der man auch heizen kann. Weil das braucht man eher im Moment als Klima. Zumindest am Abend. Am Abend braucht man schon. Weil in der Nacht geht es halt schon oft auf 14 Grad oder so runter. Hier ist auch eine Klimaanlage. Ein kleiner Fernseher. Ansonsten gibt es hier noch eine kleine Couch mit Tisch. Da kann ich dann auch meinen zweiten Bildschirm aufbauen. Zum Homeoffice arbeiten. Hier haben wir nur eine kleine Garderobe an der Türe. Eine kleine zweckmäßige Küche mit Kühlschrank. Um sich Kleinigkeiten zu machen. Oder zu frühstücken. Kaffee zu kochen. Und dann gibt es hier noch ein Bad. Da wird es jetzt lauter. Da wird es jetzt ein bisschen lauter durch das Licht. Ist auch sehr schön. Mit Regendusche gemacht. Das Ganze ist ziemlich gepflegt. Und ziemlich neu gemacht. Also von dem her muss ich sagen. Ich glaube, wir haben es eigentlich ganz gut erwischt. Erwischt. Ja. Und das ist der Peter. Der ist kein Inventar. Das haben wir mitbringen müssen. Genau. Ja. So ist es heute. Wie gesagt. Wir haben es eh schon gesagt. Wir vermissen unser Wohnmobil. Wir haben beschlossen. Für uns ist es eigentlich nicht das Apartment. Sollten wir wieder nach Spanien kommen zum Überwintern. Dann werden wir Wohnmobil unterwegs sein. Weil uns das einfach wesentlich besser gefällt. Und ja. Dann werden wir einfach die Zeit zum Fahren freinehmen. War halt jetzt vielleicht eine Entscheidung. Die war nicht schlecht. Es ist gut. Also wir fühlen uns wohl. Es ist sehr nett. Und man muss ja dazu sagen. Wir haben das das erste Mal mit Homeoffice probiert. Und haben gesagt. Wir schauen einmal wie das funktioniert. Mit einem Apartment. Wir wissen auch nicht wie es funktioniert. Wenn sie wieder Homeoffice machen sollte. Ob es dann in einem Wohnmobil besser ist. Oder schlechter. Das können wir noch nicht sagen. Erst nachdem wir es einmal getestet haben. Das werden wir dann sehen. Genau. Ich hoffe ihr habt ein paar Eindrücke bekommen von Überwintern in Spanien. Und wir würden uns jetzt einmal verabschieden. Wie immer mit unserem Spruch. Tschüss mit euch. Und. Ciao mit euch. Eure Womercamper. Tschüss.